Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Leider müssen wir erneut die traurige Bilanz der Terrornacht in Wien nach oben korrigieren. Der Attentäter hat vier Todesopfer auf dem Gewissen und mittlerweile haben wir die Erkenntnis, dass 22 Personen verletzt wurden. 20.000 Videos. Die Expertinnen und Experten des Bundeskriminalamts, des Bundesverfassungsschutzes sind derzeit gerade dabei, alle Videos auszuwerten. Mittlerweile konnte schon über 50 Prozent des Videomaterials gesichtet werden, aber die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen. Gleichzeitig ergeben die bisher ausgewerteten Videos keinen Hinweis auf einen zweiten Täter. Es handelt sich um einen 20-jährigen österreichischen Staatsbürger mit Doppelstaatsbürgerschaft, Nordmazedonien. Gleichzeitig, nach der Durchsuchung der Täterwohnung, fanden mittlerweile 18 Hausdurchsuchungen im Umfeld des Täters in Wien und Niederösterreich statt. Dabei konnten 14 Personen aus dem Umfeld des Täters vorläufig festgenommen werden und sie werden auch derzeit einvernommen. Der Täter war bereits vorbestraft. Er wurde bereits wegen versuchter Dschihad-Ausreise und versuchten Anschluss bei der terroristischen Vereinigung des Islamischen Staates rechtskräftig verurteilt. Er wurde damals zu 22 Jahren Haft verurteilt und er wurde von der Justiz vorzeitig entlassen. Eine positive Nachricht der Einsatzbeamte, der während seines Dienstes und unter dem Einsatz seines Lebens schwer verletzt worden ist, wurde operiert und nach Auskunft der Ärzte ist sein Gesundheitszustand derzeit stabil und die Operation war erfolgreich. Und als eines in diesem schrecklichen Fall positives Beispiel ist mir wichtig zu erwähnen, dass der verletzte Polizist von zwei Österreichern in Sicherheit gebracht wurde mit Migrationshintergrund. Mehr denn je, wenn Menschen glauben, mit Gewalt, Terror und Angst eine Gesellschaft spalten zu können, ist es wichtig, zusammenzustehen. Der erste Schusswechsel hat um 20 Uhr stattgefunden. Die Ausschaltung des Täters um 20.09 Uhr. Das heißt, es sind nur neun Minuten vergangen, bis eine Sondereinheit den Täter ausschalten konnte. Das heißt, es ist nur neun Minuten vergangen, bis eine Säge, die in der 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 Säge. Vielen Dank.